Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von SoulRash. Ähm, ja wir sind hier immer noch beim leuchtenden Gipfel und dank einem Internet-Video habe ich das letztes Mal geschafft, überhaupt hier hinzukommen. Sonst hätte ich, sonst wäre ich jetzt noch da am, am, am suchen gewesen. Manchmal, wenn man nicht weiter weiß, muss man sich auch einfach helfen. Auch wenn es mitten im Video ist. Äh, da kenne ich nichts. Da kenne ich wirklich gar nichts. Okay, oh, da ist noch einer. Boah, die Reaktion, du. Ha! Okay, sag mir, wo das rote Dingens ist, wo ich, wo ich da das Dings besamen muss. Das rote Dingens zum Besamen. Wo ist es? Hier oben vielleicht? Oh shit, hi! Na? Okay, ähm... Oh shit. Ähm, wie mache ich das? Bem, bin ich gut, du. Ah! Noch so einer von den komischen... Moment, ich habe was gesehen. Aha. Gehen wir mal nach unten. Okay. Beruhig dich, okay? Geh nach drüben. Danke. Ich meine, auch wenn ich nicht alle Teile gefunden habe. Egal. Hauptsache, ich habe überhaupt was gefunden. Gut. Okay, dann hier nach drüben bitte. Und... Was ist das? Wohin, wohin führst du mich? Moment. Moment. Aha! Ja, ja. Hier war ich ja vorhin schon. Wunderbar. Ich habe die Orientierung wieder gefunden. Und ich habe das rote Dingens gefunden. Dann muss ich den ganzen Weg hier runde rum gehen. So. Okay, das geht nicht. Perfekt. Ähm. Muss ich hier noch irgendwie einen Weg frei machen oder so? Nein. Okay. Na dann, runter mit dir. Und hopp. Das muss schneller gehen, Ray. Komm schon, komm schon. Ah, sehr gut. Das macht den Rückweg definitiv einfacher. Ah, shit. Ich habe vergessen, L2 zu drücken. Aber... Jetzt kann ich ja zum Glück diesen hier machen. Das hat mir, wo ich Sinn finde. 188 Meter. Da müsste ich mich eigentlich verkack-eiern. Ich habe das Gefühl, ich komme dem Zeugs gar nicht näher. Irgendwie. What the hell have I got to do? Also, das ist klar, was hier zu tun ist. Einmal. Zwei Mal. Und jetzt. Ah, shit. Ich dachte, jetzt gehe ich ab in die Lava rein. Aber ich habe es gefunden. Perfekt. Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt. Hi. Shit. Ja, halte durch. Bla, bla, bla. Karte wird aktualisiert. Äh, der leuchten... Ah, noch vier Anomalien. Ja, wir gehen. Ciao. Schön, bitte. Okay, dann sind die Anomalien dran heute. 99 Meter. Hm. Dann gucken wir doch mal... Wo das gute Ding ist. Wo ist hier das rote Dingens? Ah, da hinten. Mein rotes Besamungsinstrument. Das klingt so falsch, aber... Es stimmt ja... Hä? Wohin führt mich das denn? Ah! Hä? Moment. Ah! Okay. Interessant. Habe ich denn hier drüben noch eine Anomalie, wenn ich jetzt gerade schon hierhin geslidet bin? Nee, hier drüben ist einfach gar nichts. Totale Leere. Perfekt. Dann... Oh, shit. Können wir wieder nach drüben gehen. Hopp, hopp. Jetzt mal hier rein. Hier drin ist doch sicher irgendwas, oder? Ja. Nee. Kommunizieren. Ah! Der Sporengesang. Oh, nein. Älteste, die ihr in der... Ähm... Dämmerigen Ewigkeit träumt. Teilt den ewigen Schleier... Und erleuchtet mich. Hallo, Umbra. Ah, süßes Arnick. Gentle, umber, fellow Gardener. Dein Leben ist deine Schmerz. Ich war auch einmal durch die Mirage, die wir leben. Geh mir an meine Warnung. Unsere Leben ist, um den Tod zu kultivieren. Das ist aber unfreundlich. Sag mal, du musst mich ja nicht gleich beleidigen, nur weil du mich nicht magst. Hat hier immer so irgendein Planet den Void überlebt? Lass uns zu sagen, dass es nichts zu Angst gibt in der Todes. Das mir überhaupt nicht hilft. Meine Leute müssen nicht sterben. Bitte, sie werden in meinem Welt auch produzieren. Es wird alles in Asch, wenn ich es nicht zuhören. Die Pfeilige Aura schlägt diesen Ort, wenn du sprachst. Der Highfake River. Also so hässlich bin ich jetzt nun auch wieder nicht, okay? Ja, okay. Ja, was haben wir hier noch? Ja, ich will jetzt kein Gedicht. Ich will eigentlich gerne die Anomalie finden. Ich bin nicht für dieses alte Gestrüpp hierher gekommen, das mich die ganze Zeit nur beleidigt hat, als ich gemerkt habe, dass ich nicht dieser komische Arik bin. Aber okay. Ist notiert, dass mich niemand mag hier. Ist notiert. Was haben wir denn hier? Zeigen Sie mal her, einen Checkpoint. Bin ich ja schon mal dankbar. Ähm. Wo ist denn die Anomalie? Ah, da unten. Okay. Äh, ich erledige die Kollegen hier zuerst mal. So, versteck dich nicht im Busch. Der mag dich ja auch nicht. Also musst du ja auch nicht nett zu ihm sein. Ja, ich erledige die Leute. Ja, ich erledige die Leute. Moment, Moment, Moment. Ach du Scheiße, du. Her mit dem Schild. Äh? Sag mal. Fuck. Ich will jetzt sagen, ich darf drüben gehen. Wo ist denn die Anomalie? Sag jetzt mal her hier. Ja, da unten, ja. Hier, so. Ah, unkonventionell, aber funktioniert. Bissi, Junge. Bissi aber nur. Sag mir, wo ich, wo die Anomalie beginnt. What the hell? Hä? Geh mal nach unten, komm. Okay, hier. Äh! Huh! What? Ach du Scheiße. Sag mal. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Komm schon. Nein! Halt dich fest. Ja. Ist gut. Boah, willst du mich verarschen? Hä? Ja, ja. Ich brauche Schilde. Hier. Danke, wenigstens einen. Ich brauche noch mehr. Aber, hä? Ich glaube, ich weiß, wohin ich hätte gehen sollen. Oder müssen. Oder was auch immer. Gucken wir jetzt auch nochmal ein Schild. Das ist schön. Danke dafür. Ah, shit. Das war... Ah, ne. Das war ja nicht dumm. Okay. Ja, guck mal. Da hätte ich rumgehen müssen. Okay. Ja. Nach drüben. Und jetzt so. Ja. Ja. Komm. Habe ich endlich die erste Anomalie. Geht doch verdammt nochmal. Ja. Hab ich dich, du Arsch. Und weg. Dankeschön. Ein bisschen ist noch übrig geblieben. Aber, okay. Also, jetzt können wir wieder hier hoch. Machen wir das Ganze nochmal. Bam. Und dann geht's hier rüber. Zack. Oh, shit. Hi. Na, bist du öfter hier? Ich nicht. Okay. Wenigstens ist das mal weg. Bin ich froh. Als nächstes ist er dran. Okay. Sehr gut. Die nächste Anomalie wäre. Hä? What? Moment. Hier ist irgendwo so ein gelbes Dingens. Aber wo? Wo bist du? Ähm. Ne, jetzt. Ah, da oben. Ah. Now I get it. Jetzt hab ich's gecheckt. Okay. Ja, ja, ja. Für, ich. Warte mal. Ah, so. Ja. So. Und dann. Hier. Ja, schau mal einen an. Und los. Zack. Zack. Und. Rein hier. Checkpoint. Ja, dann war's was für heute, ne? Das ist, äh. Checkpoints sind halt immer so perfekt. So, um, zu einem Part beenden. Du, lass mich immer in Ruhe. Dann, äh. Sehen wir uns morgen wieder, ne? Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Das ist, äh. Ja, ja.